Vorbemerkung zu einem Erstellen von Screenshots. Wenn du mit VirtualBox arbeitest und die VirtualBox Ubuntu laufen lässt, musst du berücksichtigen, dass bei der Appliance, die du hier hast, also hier habe ich das Ubuntu-Betriebssystem, musst du auf Ändern gehen und dann musst du schauen, dass bei der Anzeige nicht, dass hier darf kein Hackl sein, 3D-Beschleunigung aktiviert ist. Wenn nämlich hier das Hacklick gesetzt ist, ist es nicht möglich, Fotos, Screenshots, Abbildungen von deinem gesamten Bildschirm zu machen. Das musst du also berücksichtigen. Du musst das hier wegnehmen, auf OK gehen und dann erst Ubuntu starten in der VirtualBox, wenn du erfolgreich mit Hilfe von Screenshots arbeiten möchtest.